Halli, hallo und willkommen zurück bei Limbo. Ich habe schon etwas länger nicht mehr aufgenommen. Wie immer halt. Also ich habe das Gefühl, ich sage das andauernd. Aber wenn man auf ein Hobby keine Lust hat, sollte man es auch nicht ausführen, ist meine Meinung. Deswegen kann ich mich, also eigentlich kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Das ist sehr überraschend. Und ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Es war nicht richtig. Aber glücklicherweise ist der Strom wieder ausgegangen. Das finde ich ganz toll. Ähm, ich muss warten, bis die Leiter... Keine Ahnung, ich gucke einfach. Äh. Hm, 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 hm. Warte auf mich, Leiter, warte. Danke. Äh. Oh, danke. So. Oh. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ähm. Ich muss doch erst das Teil hier. Ich habe nämlich... Ich kann mich noch erinnern, das Teil war nicht da, wo es sein sollte. Und jetzt weiß ich auch, warum, weil ich muss es erst... ...dahin schieben. Ähm. Ja. Hä? Nein, 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 warte. Bleib einfach da. Gut. Okay, nochmal von vorne. Das hier ist ja eher der, äh, leichte Teil. Ähm, ja. Gut. So. Kurz warten. Okay, ich muss schneller sein. Also nicht schneller, aber ich muss... Ähm. Das später machen. Also den Hebel umlegen. Ne. Ich bin übrigens gespannt, wann das, äh, Spiel zu Ende ist, weil... Es ist deswegen heilblind, weil ich glaube, das Ende nicht sonderlich gut kenne. Äh. Gott. Nein. Das ist ja jetzt ungünstig. Hä, 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 hä. Ja. Okay, ähm. Ist ja nichts Neues, dass ich mit diesen Rätseln nicht klar komme. Aber okay. Einfach nochmal probieren. Hä? Nein, nicht so weit. Äh. Bleib stehen. Danke. Gut. So. Aber jetzt. Ne, nicht an die Leiter hängen. So. Jetzt krieg ich das aber hin. Ne. Oh, nur Momente. So, jetzt sollte es gehen, hoffe ich. Jetzt geht's komischerweise. Ich bin, ich bin komisch. Ich fühle es auch nicht. So, jetzt muss ich nur noch den Hebel treffen. Okay, das hat funktioniert. Wenn ich das jetzt noch überlebe, finde ich es echt toll. Hey, ja. Hier ist es ganz schön dunkel. Da ist eine Leiter. Muss ich den nehmen. Ich hoffe. Ich glaube, ich muss den weiternehmen. Oh, shit. Ja. Oh. Äh. Darauf war ich nicht vorbereitet. Meine Frise. Äh. Hä? Das ist nö. Wenn ich jetzt noch... Oh, gut. Wie soll das funktionieren? Aha. Sinn. Aha. Okay. Das krieg ich doch Zeit... Nee, das krieg ich in der Zeit gar nicht hin. Das müsst ihr mir mal erklären. Hä? Das funktioniert auch überhaupt nicht. Okay, das habe ich schon öfter gesagt in dem Spiel, aber... Diesmal... Funktioniert es wirklich nicht. Ich glaube, ich darf es nicht so weit weg machen. Aus dem einfachen Grund, weil das dann langsamer ist und das war wieder falsch. Ich vergesse immer, mich hochzuziehen. Mit dem Scheiß. Moment. Oh, es wird wieder angerufen. Es ist aber keiner da. Dumm gelaufen. Oh, scheiße. Nein. Das schaffe ich da gar nicht. Alter. Wie soll denn das funktionieren? Das ist niemand da. Ist nämlich so, dass wir einen... äh... Anschluss haben also kein Handy, sondern richtig Telefon. In Luft benutze ich das nicht, deswegen kann es nicht für mich sein. Ich überlege gerade, wo es am besten ist. Vielleicht doch hier. Nee. 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 Und so ist es zu schnell. Geht in die Tiefsicht. Jetzt müsste ich ja den perfekten Winkel suchen, dass es auch funktioniert, aber... Es fehlt immer ein Stück. Vielleicht darf ich es nicht ganz so weit rausziehen. Aber so sicher bin ich mir nicht, dass das funktioniert. Also natürlich funktioniert das. Das ist ja gewollt von dem Spiel, dass es funktioniert. Und nein, es funktioniert so nicht. Aua. Das ist wieder sowas, wo ich drei Stunden dran sitze, oder was? Ach, na toll. Ich wünschte, ich würde es nicht blind spielen. Dann würde es vielleicht funktionieren. Ich weiß nicht, aber das ist jetzt so das Erste, wo ich mich wirklich fast schon gezwungen fühle, die Lösung zu sehen. Hm, geht nicht. Okay. Ich werde hier nochmal absteigen. Und kurz Pause machen, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, 10.000 Mal diesen scheiß Wagen da irgendwie hinzurücken, dass das irgendwie funktioniert. Deswegen... Ich muss das jetzt einfach gucken. Tut mir leid. Bis gleich. Okay, ich gebe zu, es war eigentlich doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ähm, es ist eigentlich total offensichtlich, aber... Nicht für mich offensichtlich. Ähm, ja. Ich musste den anhalten. Ein Stück... Warte mal. Ich... Warte mal kurz. Man muss den auf jeden Fall ein Stück zurückschieben, weil ja dann diese... Mysteriösen Kräfte des... Äh... Was weiß ich was... Wirken. Und dann kommt man hier ganz easy weg. Es ist sehr knapp, das gebe ich zu, aber es funktioniert. Weiter habe ich übrigens nicht geguckt und... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich sehe nichts. Ob das gut ist, dass ich nichts sehe. Ich sehe nichts. Okay, ich glaube, das war gut so. Nee, das ist echt gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. Oh, Licht bitte. Ich sehe nichts. Ah, da ist irgendwas. Nee, das war es nicht. Okay. Ach, nochmal machen. Na klar. Aber immer doch. Ich spring hoch. Spring hoch. Spring hoch. Dann... Ach ja. Immer wieder gern. So. Ei, 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 ei. So. Jetzt bleibt sie eh stehen. Vielleicht. Ich sehe das halt sehr schlecht, aber ich glaube, ich muss auch gar nicht da hoch, sondern unten weiter. Deswegen werde ich das einfach mal da runter schieben, weil ich ja da unten nicht drauf laufen kann. Und dann schauen wir mal, ob es das vielleicht ist. Also die Lösung des Ganzen. Ja, es ist auch gut zu wissen. Ja, yay. Nee, 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 nee. Okay. Okay, gut zu wissen. Nned. Verstehe ich nicht, warum sowas sein muss, aber okay. Alter, wie weit geht denn das? Okay, gut. Loll. Sinn? Muss ich die hier wegschießen oder was? Das könnte vielleicht sein. Nee, das war's auch nie. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das vielleicht wegschießen muss, aber irgendwie ja nicht, ne? Ah doch, es fängt an zu... Gut. Perfekt. Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt kann ich das zum Beispiel nicht mehr... Mal schießen. Tschüss. Du machst das schon, ne? Yay! Zur Abwechslung mal was, was ich auch gecheckt hab. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Gut. Ach, erstmal kratzen. So. Ne Box. Ich sterbe zur Abwechslung nicht. Was macht der? Natürlich. Was ist denn, wenn ich da eine Box... ...da drauf schiebe? Aber ich komm nicht hoch, oder was? Na toll. Blö. Moment, ich hab' ne Idee. Ne, der muss... Ich glaub, der muss... ...hier bleiben. Moment. Folgendes. Wenn der runterkommt... ...muss ich ganz schnell sein und... ...nicht das machen. Okay. Reicht das, wenn das nur so ist? Ja. Gut. Autsch. Ähm. Gut, wir sind in der gleichen Ausgangssituation. Das ist ganz schön. So. Hm. Oh. Ich glaub, ich weiß, wo der Fehler ist. Moment. Äh. Ich muss das erst mal wieder hier so... Geh doch mal da runter. Danke.